Hey was geht ab, mein Name ist Maas und herzlich willkommen zur ersten Folge Wer bin ich auf Culture Plays. Viel Spaß! Für alle die nicht wissen wie das Spiel funktioniert, checkt die Videobeschreibung. Tipp Nummer 1. Ich habe unter anderem bei Bayer Leverkusen, Schalke 04 und dem HSV gespielt. Tipp Nummer 2. Ich bin fünffacher deutscher A-Nationalspieler. Tipp Nummer 3. Mein Vorname ist ebenso der Name einer bekannten Weltmetropole. Wer bin ich? Schreibt genau jetzt in die Kommentare, wenn ihr wisst, um wen es hier geht. Ich habe für Bayer 04 Leverkusen, den Hamburger SV und Schalke 04 gespielt. Ich bin fünffacher deutscher A-Nationalspieler und mein Vorname gleich dem einer Weltmetropole. Ich bin Sidney Sam. Lass gerne ein Like und ein Abo da, schreib in die Kommentare, ob du wusstest, um wen es ging und viel Spaß bei der nächsten Folge. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Vielen Dank.